Grüß! Grüß Sie, die Karte, bitteschön! Danke sehr! Danke! Schauen wir mal was an. Becken. Ich weiß, musst du jetzt was ausführen? Herr Ober, haben Sie vielleicht eine digitale Speisekarte? Nein, das haben wir nicht. Super! Grüß euch! Ab jetzt gibt es bei www.ibindo.at die Speisekarte auch digital. Das sorgt für ein sicheres Gefühl bei den Gästen und funktioniert super einfach. Einfach QR-Code scannen, Speise wie gewohnt am Handy auswählen und beim Kellner oder bei der Kellnerin bestellen. Und das Ganze auch mit der Corona-Gästeregisterung in Kombination. Probiert es jetzt aus unter www.ibindo.at. Wird euch! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!